Kannst du das Loot mitnehmen? Was? Ist das nicht das letzte was denen fehlt? Die können das ruhig gewinnen Darum geht es jetzt gar nicht Es geht nur darum sie zu erwischen und sie zu töten Wenn ich meine, dass sie es guter gewinnen Dann einfach das Loot mitnehmen von denen Ja Gewinnen wieder ein bisschen Loot zurück wahrscheinlich Weil es war noch mehr als Zeit Und was für eine Ansage hast du gehört? Ich dachte es sind mehr Also ich hab einfach als sie im Discord kam und dachte Hier ist nicht viele Blacklight Soll ich den Loot haten? Der wird da sein Oh der wird wahrscheinlich Grund schaffen Ob jemand kommt Ja Waren wir noch 2 Minuten oder? Der zuerst angreifen der da steht Was? Der der da steht Der wird das Camp wahrscheinlich neutralisieren oder Buchen wollen Es geht jetzt nur darum deren Pferde zu treffen Dass sie langsam sind wenn sie überhaupt Pferde haben Was sie wahrscheinlich aber haben Und sie dann einfach umzubringen Das Camp muss nicht neutralisiert werden Es wird nicht darum getänzelt das zu tappen oder was auch immer Aber nur töten Da reiten sie, oder? Doch da, Escobar Und die ab oder was? Da ist der mit dem Krokodil In welche Richtung? Richtung Süd Ok danke Ok danke Einfach aufs Pferd Nice Nice Jo Bin schnell da jetzt ja Bist du alleine oder was? Pferd ist da unten Los Fäng ich das? Sehst du die? Äh ja Da Also Ah da Also Ah da Ich glaube natürlich ist da mein Pferd anstelle hin Ich habe eine Firemech Affinity von ihm mit Klaus Ja ich brauche Nicht Motu Super Ich habe hier Klamm dir Ich habe den Kanal Tamm dir Klamm dir Klamm dir Klamm dir Klamm dir Vielen Dank.